Hallo Leute, ich bin's Werke Lico. Ich habe euch heute das Modell von Lego Technik zusammengebracht, das Polizeiauto 42091. Das kann man mit dem Auto 42091 kombinieren. Was ich dann machen werde, mache ich schnell das Video, damit ich es dann auseinanderbauen kann. Erstmal liebe Grüße, Marcel Kuhnert. Ich tue dir in der Beschreibung den Amazon-Link für das Auto machen und für das Auto, um das geht es nicht hier. Das ist das, was der Marcel Kuhnert sucht. Ich habe es beides bei Amazon gefunden. Ich, wie gesagt, mache den Amazon-Link da rein. Vielleicht gibt es das noch da, wo ich es her habe. Und jetzt gucken wir uns mal das schöne Polizeiauto an. Es ist auch wieder so ein Rückzieherauto, also es fährt, ich habe es getestet, jetzt hier auf der Decke fährt es gerade nicht, aber es ist ein bisschen kompliziert mit Aufbauen gewesen. Ich habe mich ein bisschen dusselig auf vorne angestellt, aber ja, wir sind so Kleinigkeiten, die fehlgelaufen sind. Hier die Seite, die Aufkleber hier, die zwei habe ich nicht gemacht, die waren immer so klein und poplig. Das kann man hier ein bisschen noch verstellen. Sonst sieht es gut aus, also eher so wie das amerikanische Polizeiauto und sie sehen nicht so aus. Ja, wie gesagt, ein Mendelkicken könnte man jetzt hier nicht reinsetzen. Der gibt sich zum Halten. Hier ist es von vorne, von oben, von der Seite. Hier ist das Lenkrad und hier könnte dann keiner mehr drin sitzen. Aber ist ja egal, es geht ja um Just for Fun. Das ist hier, das ist einfach hier gemacht. Ist hier so ein Rückzugsauto von Lego Technik. Und das kann man halt, wie gesagt, mit diesem hier kombinieren. Und dann soll ein ganz, ganz großes rauskommen. Dann soll mich dieses hier rauskommen. Ich zeige euch das mal. Also hier ist mal die Anleitung. Ich meine also das Modell und das Modell wird dann dieses Modell. Und das werde ich dann nämlich bauen. Ich habe schon die Modellanleitung mir runtergezogen. Die gibt es mich nur im Internet. Da muss man mal googeln. Die anderen Anleitungen sind ja meistens dabei. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Und das ist das schöne Auto. Weil die Zei Auto. Macht's gut, tschüss.